Och, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Boah, Alter. Das ist doch das Grummelgeräusch, oder? Das muss einer der Wächter sein. Wir müssen zu der Statue. Ah! Oh! Äh, was? Nein! Das macht er nicht. Ich glaube, wir haben einen der Wächter gefunden. Aber ich weiß nicht, ob es Hunkame oder Wunkame ist. Ist doch scheißegal. Es ist ein Monster. Sein Name ist vermutlich die geringste, die uns besorgen. Nö. WTF. Jetzt geht's los. Aua! Wer, wer, wovon? Was? Äh, okay, ja. Könnte mir jemand vielleicht Feuer erzählen, dass Sündermir jetzt Flammen sind? Schön. Alter, was? Und der Wichser kann sich porten und dann kommen noch tausend andere und... Okay. Och. Ernsthaft. Ich habe nicht genug Money. Wie viel hätte ich denn mit der? Ach, fick dich. Dann mache ich aber zumindest hier die zwei noch. Hier mit. Boom. Boom. Bumswaldera. Err, err. Tschüss. Da komm du auch noch. Hui. Daufköppe. Mann, ey, alter. Okay, das ist dann jetzt wohl so eine Art Boss-Fight. Ich wollte ja unbedingt. Ich hab's mir anders überlegt. 50 plus Dingens. Mann, ich möchte beide. Mann. Scheiße. Scheiße. Und dann hast du nicht mal da den Punkt, wo er speichert. Und ich hab immer noch keine Ahnung. Ich will auch. Aha, und da kommt dann Feuer. Wie auch immer das da kommt. Das muss einer der Wächter sein. Wir müssen zu der Statue. Aha. Aha. Mhm. Er scheint nicht sehr erfreut zu sein, uns zu sehen. Ich glaube, wir haben einen der Wächter gefunden. Aber ich weiß nicht, ob es... Voll egal. Ich überspringe jetzt aber nicht. Dann bin ich zu schnell im Gefecht. Ich chille. Ich chille. Ich chille. Jetzt geht's los. Okay, kommt mal. Kommt mal näher. Kommt mal näher. Ja? Ah, falscher Klopf. Moment. Äh, 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 falscher Knopf. Äh, hallo? Ich komm hier gar nicht raus. Ja, schön. Deine Mutter mich auch, ey. Ich kam nicht mal weg. Selber schuld mit der falschen Knöpfe, ne? Ach, Mann. Nerv doch. Nerv. Ober Nerv. So, jetzt hier und da und dann hier und so. Äh, und so. So, ich splende euch einfach, okay? So, kommt her. Ihr habt keine Waffen mehr. Kommt. Was? Ihr seid doch scheiße. Wieso könnt ihr das plötzlich? Mann. Ach, nachladen bringt nichts. Ich brauch die andere Waffe. Ach, Mann. No. Äh, falscher Weg. Mann, oh, ey. Okay, wie überspringt man nochmal mit Escape, mit Leertaste, mit meiner Mutter? Ach, scheiße. Okay, geh nicht dorthin, da backst du dich fest. Oh. Ist das gerade? Ist das nicht meine Fedorov? Okay, fuck you. Ficke er sich ins Knie. Okay, und das sind Granaten, von denen wir auch fünf haben. Die habe ich noch nie gegen die Viecher eingesetzt, ne? Also, ganz ehrlich, der Speicherpunkt ist richtig beschissen gesetzt. Das muss einer der... Äh, nein, das war Leertaste. Jetzt geht's los. Komm her. Toll, jetzt hat er viel gebracht. Äh, hier, äh, Dingens. Ja. Ja, genau. Back dich mal da fest. Finde ich geil. Ich kann von hier aus drei Schalter sehen. Versuch sie zu aktivieren. Ich möchte den aber töten. Was denn? Schalter. Was laberst. Und er steht da und guckt zu. Schalter. Sie kann Schalter sehen. Ich kann von hier aus gleich Schalter sehen. Ich kann von hier aus gleich Schalter sehen. Alter, geh weg. Was? Wo? Schalter. Du bist Schalter? Du bist doch kein Schalter. Schalter, Schalter. Ja. Darum steht sie wie durch Zauberhunter oben, weil sie Schalter sehen kann. Hallo. Hallo Schalter. Aus Gibraltar. Ja, die muss uns angucken. Die steht falsch rum. Eine Pyramide. Okay. Und warum die Ringe? Keine Ahnung. Gibt's dann... Weil da gibt's dann Schätze. Oder so. Okay. Und wenn ich jetzt da hochlaufe, dann wird der auch nochmal sauer. Ach, nö. Kampf den Untoten. Ich konzentriere mich. Darum halte ich die Fresse. Diss da aber schon. Hätte ich ja nicht sagen. Brauchen! Geh weg! Plus. Danke. Okay. Wenn man Ruhe bewahrt, dann... Kann man das schaffen. Jetzt kommt der wieder. Jetzt ist er doch schon richtig rum. Oder nicht? Hey, wir gehen danach nicht auf. Und ich krieg die Schätze nicht. Dann werd ich sauer. Ja. Kollege. Hallo. Hallo. Bringt mir voll nix, ne? Ne. Steh da halt. Und guck dem Deppen bei der Arbeit zu. Ey, weh. Ich kann hier da ja nicht rein. Like I said, dann werd ich sauer. Da kommt. Hier, tu schnell das. Ey, guck mal. Da kommt so schon überall Feuer. Hä? Oh. Falsch. Falsch. Hallöchen. Hallöchen. Puff. Ja? Alles ganz hier chillt hier. Mein Freund. Feige Sau. Du. Du Seige V. Wo soll denn jetzt der Dritte? Ach da, die Treppe hoch. Okay. Okay. Ist da aber schön, äh... Ist da aber schön. Makes sense. Ist aber schön, dass da eine Munitionskiste ist. Ist aber nicht schön, dass ich jetzt mitten aufs Feld muss, ne? Und dass da eine Platte ist und so. Ich, äh... Ich, äh... Mach mal so. Ja. Genau. Äh. Äh. Ja. Ja. Herr Wächter. Oh nein. Hier ist nischt. Wo soll denn... Jennifer, erzähl doch mal. Steh da nicht so nutzlos rum. Und noch eine Munitionskiste. Okay. Kann man machen. Schalter. Schalter. Besser Hebel. Hallo? Don't hurt me. Was machst du da für Spielchen, Mann? Ja. Schalter. Und du bist? Wir werden es hoffentlich herausfinden. So. Okay. Sagst du. Aber frag mal einen Gesunden. Oh, jetzt sind hier überall... Mhm. Hm. Da so Dingens und so. Kling, kling. Und jetzt heißt es... Finde die Schätze. Ah, toll. Achso. Nur zwei. Okay. Ja. Kann ich das per Hand drücken? Kann ich nicht. Warum sollte ich da raufschießen? Ja. Klingt nicht, als würde irgendwas auf Zeit gehen. Hm. Hoffe ich doch. Ja, Schatz und so. Irgendwas ist jetzt aufgegangen? Fragezeichen? Irgendwas? Nö. Ja. Okay. Bitte nicht, bitte nicht, Mönde. Okay. Dann haben wir jetzt... den da und jetzt muss gegenüber noch einer sein. Ja. Okay. Nö. War hier nicht noch irgendwo so eine komische Platte? Oder auch nicht? Es war nur die eine, ne? Ja. Hallo. Guten Tag. Was bist du? Warum sieht der so anders aus? Warum steht der hier so in der Mitte? Warum, wieso, weshalb? Ich bin mutig. Okay. Dann haben wir hier alles, ne? Ho. Ho. Jennifer. Warte. Warte, 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 äh, warte, äh, da. Oh, ist das schön, dass ich meine Waffe behalten konnte. Oh, ist das schön, dass das Ganze hier nicht so schwer war. Da war ich, da war ich. Hi. So, wukukame, schnickpaname, Banane, was weiß ich. Jetzt kommen wir hier da hinten in die, äh, in die, ach du Scheiße. Bei Pyramiden denke ich zuerst an... Nicht, eigentlich, nicht, fast. H showers Murat für euch, das ist eine harte. Liebes Giants und singen. Kein Weg zurück. Die Hörg accountings, die Gäsen. Neil immediat again. Oh. Jetzt will glaube ich creator messaging machen. Aberhan טוב. nelle. taschenlampe aber es cool hier ist der mister also ganz ehrlich wir uns hier nicht gefällt natürlich nicht wieder zu weit jetzt können wir gleich die zukunft lesen das ist schon cool ja das ist schon cool hier erzählt den Maus ich sehe mir das an und wie wir wissen bewachte ihn bis heute aber es hatte vermutlich keine chance nein es sei denn er konnte diese symbole entziffern dann steht etwas von einer flamme die die ketten vernichtet die den diener festhalten der diener ist vermutlich der untote könig wir werden sehen hoffen wir nur dass wir nicht wie alvarez und seine männer händen ist klar womit wurde das jetzt ausgelöst was oh oh was ist das sehen will hüse oh lass mich doch mal nachher auf ich will genau gucken ich kann nicht so schnell ich möchte das sehen das nur eine leiche mit goldenen sachen an oder so ja können wir da durchrühren bestimmt hat da immer jemand durch gebrüllt und das klang dann wie so ein drache so where did we come from from sear ne ja und auf was soll ich jetzt genau drauf leuchten was genau willst du jetzt wieder von mir 1 2 3 4 ho ho sonne sonne strahlt auf dingens ähm das ist dunkel draußen ähm scheiße und jetzt finden wir raus ob diese feuergeschichte metaphorisch gemeint war das war übertrieben schwer ey da hab ich jetzt stundenlang gesessen sind die bescheuer die können doch nicht solche rätsel einbauen mua ja und du jetzt was genau was ja ist schön äh ähm ne wie hab ich das nochmal gemacht mit äh 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 mit b und mit m ne keine ahnung mehr wie hab ich denn geblättert egal wenn ich so mache äh 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 so hä so weit sind wir wohl mal wieder noch nicht hm und jetzt eine runde baden ich kann doch jetzt nicht einfach auf den drauf ballern oder ja das kann das kann nicht sein sinn und zweck voll hübsch äh entschuldigung was genau wollt ihr denn jetzt hier ist nichts rot ketten fesseln entdingen sind ja und nun nochmal bringt nichts ach warte mal soll ich ihn anpupen hier ja du bist ja ein richtiger kleiner einstein wie schön dass es dir auffällt schön dass du so arrogant bist das war jetzt wieder das geräusch ja ok immerhin habe ich mal nicht lange gebraucht brau